Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Miwola News. Sowohl die Flugzeug- als auch die Fahrzeugflotte für den Airport Knuffingen wird von Tag zu Tag größer. Hier sieht man eine Boeing 747SP, eine Spezialanfertigung, die mühsam aus vielen Flugzeugteilen zusammengesetzt werden musste. Sie wird später einmal als Standmodell in der Nähe des Frachtterminals ihren Platz finden. Zugleich kommen einige weitere Modelle wie dieser A321 oder dieser A319 aus der Lackierung zurück, um anschließend mit Innen- und Außenbeleuchtung ausgestattet zu werden. Andere Flieger, wie die Boeing 777, die unter der Lackierung von Emirates fliegen wird, sind noch im Bau. Was mit diesem sonderbaren Space Shuttle geschehen soll, wird hier noch nicht verraten. Nebenbei geht es auch in Sachen Fahrzeugen fleißig voran. Für die etwas größeren Flugzeugtypen, wie zum Beispiel der A380 oder die Antonov 124, wurden zwei extra Flugzeugschlepper entworfen. Diese Modelle werden aus vielen eigens hergestellten Einzelteilen zusammengesetzt. Sie dienen für den Pushback der Flugzeuge, um sie somit vom Haupt- oder Frachtterminal auf die Reise zu schicken. Ihre spezielle kleine Bauweise zeigt, wie schwer es ist, die gesamte Technik unterzubringen. Somit wird ein Teil unter die Anlage verlagert. Die gesamte Konstruktion wurde über Monate lang hinweg entwickelt und kommt nun zum Einsatz. Derweil hat Jens ein weiteres Sondermodell entworfen. Ich baue hier gerade eine Markierungsmaschine. Die wird später am Flughafen stehen und dort Vorfeldmarkierungslinien ziehen. Zu 95 Prozent sind das eigens hergestellte Teile. Das ist schon das aufwendigste Auto, was ich bis jetzt gebaut habe. Da sitze ich jetzt schon anderthalb Wochen dran. Und dagegen waren die anderen Autos echt nicht ganz so schwierig. Des Weiteren werden die etwas kleineren Standmodelle mit Beleuchtung ausgestattet. Dabei wird genauestens darauf geachtet, dass jede elektronisch installierbare Autoleuchte auch wirklich nachempfunden wird. Aufgrund des Ausbaus der allgemeinen Flächen für unsere Besucher in die zweite Etage und der späteren Erweiterung der Anlagenfläche in den jetzigen Bistro-Bereich müssen die alten Toiletten weichen. Deshalb entstehen zurzeit im Bereich der ehemaligen Kinderspielecke Räumlichkeiten für den neuen, größeren WC-Bereich. Bobby hat die Aufgabe bekommen, die Dioramen für diesen Bereich anzufertigen. Dabei wird bei ihm nie an Kreativität gespart. Von einem Banküberfall unter der Begleitung von kleinen Helferleins über Außerirdische, Kinder- oder Dinosaurierwelten bis hin zu ausgelassenen Partys hat Bobby haufenweise eigene Ideen einfließen lassen. Wie Bobby so ein kleines Diorama entwirft, erfahren Sie bald in einem neuen Miwola-Report. Der eigentlich schon fertiggestellte Schweiz-Abschnitt hat ein neues Dorf zu vermelden. Mit viel Mühe hat Bobby ein Modul erstellt, das bereits zur Eröffnung des Schweiz-Abschnittes geplant war, aber nie vollendet wurde. Die steinigen Untergründe der detailreich ausgestatteten Siedlung wurden komplett aus Modellbaugips hergestellt und mit viel Bewuchs verziert. Zu finden ist das Ganze oberhalb des DJ-Bobo-Konzerts. Zugleich gibt es auch eine kleine Änderung bei den Klippenspringern aus dem Knuffingen-Abschnitt. Die kleinen Figuren haben neue Fallschirme bekommen. Da die zuvor eingesetzten Seile zu unrealistisch aussahen, wurden sie durch neue ersetzt. Nach langer Überlegung und Versuchen kam durch den Einsatz von Gitarrenseiten eine Lösung ans Licht, die nun den kleinen Springern zu einer sicheren Landung verhelfen soll. Gaston arbeitet weiterhin fleißig an dem großen 3D-Puzzle, dem Schloss Neuschwanstein. Dabei wurden schon über 1500 Teile verbaut, allerdings ist es noch lange nicht fertig. Hier sieht man zum Beispiel, wie eines der Fenster aus bis zu vier Teilen zusammengesetzt wird. Dadurch erlangt das Ganze eine optische Tiefe. Ähnlich werden auch die Fassaden oder Türme mit zahlreichen Einzelteilen verkleidet. Hier ist eine sehr ruhige Hand gefragt. Viele Fassaden zum Innenhof sowie einige Türme sind mittlerweile fertiggestellt und müssen nun lackiert und beleuchtet werden. Holger hat schon einige dieser Elemente verkabelt. Das ein oder andere Zimmer erstrahlt bereits im Licht. Langsam aber sicher bekommt man einen ersten Eindruck, wie das ganze Modell später einmal aussehen wird. Die Straßenführung zum Abflugbereich der Terminals wird derzeit in unseren Werkstätten bearbeitet. Marcel stattet diese mit Beleuchtung für die Fahrzeuge der unteren Etagen aus. Unzählige Kabel kommen dabei zusammen. Viele der fertig beleuchteten Straßen können auf der Anlage schon erkundet werden. Eines der Highlights der Elektroniker sind diese Displays, die An- und Abflugzeiten anzeigen. Sie befinden sich am Bahnsteig unterhalb der großen Parkhäuser bzw. Terminals und werden regelmäßig aktualisiert, um die kleinen Passagiere auf dem Laufenden zu halten. Nachdem am Lufthansa Technik Hangar der Antrieb für die Tore fertiggestellt wurde, werden nun kleine Szenen erstellt, um den Komplex mit Leben zu füllen. Tina hat in den letzten Wochen viele Kleinigkeiten erstellt, wie zum Beispiel diesen Werkstattbereich. Hier sieht man, wie die Triebwerke, Reifen oder Flügel repariert bzw. gewartet werden. Lagerflächen dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Damit die kleinen Arbeiter auch an den unterschiedlichen Höhen der Flieger tüfteln können, werden Leitern und Baugerüste angefertigt. Für den einen oder anderen, der es mit der Arbeit nicht zu ernst nimmt, findet sich auch eine Schlafmöglichkeit. Das ganze Treiben kann demnächst in dieser Halle von unseren neugierigen Besuchern genauer beobachtet werden. Momentan entstehen weitere Elemente für die Terminals. Die Arbeiten an den Gepäckbändern und Abflugschaltern befinden sich im Abschluss. Nebenbei werden weitere Stände wie Zeitschriftenhändler oder Shops fertiggestellt. Getränke, Snack- und Tabakautomaten, Telefon- und Internetstationen, hunderte von Mülleimern, Wandhydranten oder Wechselstuben sind einige der Objekte, die in Kürze über den gesamten Terminalbereich verteilt werden. Dabei zeigen diese Sitzbänke, die über den Terminal, der Pier und der Platzer verteilt werden, wie aufwendig die unterschiedlichen Elemente des Terminalprojekts angefertigt werden müssen. Circa 1000 dieser kleinen Sitzmöglichkeiten in verschiedenen Längen müssen aus bis zu sieben Einzelteilen mühselig zusammengesetzt und bemalt werden. Für die unterschiedlichen Gastrobereiche werden diverse Verzehrplätze entworfen. Tische und Stühle werden zusammengesetzt, Lebensmittel bemalt und serviert. Selbst die Beleuchtung entspricht den originalen Sitzecken der unterschiedlichen Gaststätten des Hamburger Flughafens. Judith und Nathalie werden noch einige Wochen im Modellwall mit diesen Feinarbeiten beschäftigt sein. Viele der Details werden nur schwer vom Besucher zu finden sein, trotzdem achten wir immer auf einen originalgetreuen Nachbau. Das war's für diesen Monat, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal. Das war's für diesen Monat, vielen Dank.